Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar heute zeige ich euch, wie man bei der Nintendo Switch Google Play Store bekommen kann. Und das zeige ich euch heute, wie man es machen soll. Ich öffne jetzt meinen Nintendo Switch. So. Also zum ersten Mal muss man bei den Systemeinstellungen gehen. Dann muss man auf Nutzer gehen. So. Dann geht man ganz unten auf Album. Drückt mal drauf. Dann ist jetzt Facebook und Twitter. Man muss auf Facebook verknüpfen gehen. So. Danach muss man hier eine E-Mail-Adresse, aber das machen wir nicht. Und zwar dann muss man, warte. Unten gehen, ganz unten. Dann muss man hier auf Facebook-Lite gehen. Warte, wo ist Facebook-Lite? Facebook-Lite. Ah, hier ist Facebook-Lite. Dann drückt man hier auf Facebook-Lite. Dann ist hier herunterladen. Man geht hier. Get it on Google Play. Drückt man A. Dann ist man offiziell auf Google Play Store. Dann kann man hier einfach schreiben irgendeine App. Ich zeig's euch. So. Man kann jede Spiele, so wie beim Handy, Tablet, kann man irgendein Spiel oder App her schreiben. Hier sind die Apps. Also hier ein paar Spiele. Man kann dann, wenn wir, dann, warte, hier suchen. So. So. Da kann man auch irgendein Spiel, so wie im... Ich schreib mal jetzt Among Us. A. Among Us. Warte. Ja, das ist falsch. A. Among Us, hab ich gesagt. A. A. Among Us. So. A. So. Äh. Dann geht die hier auf OK. Da muss man halt ein bisschen warten. Dann ist hier unten offiziell Among Us. So wie es hier ist, hier Among Us. Da kann man es installieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Und wenn ihr mal Zeit habt, lasst ein Kommentar auch da. Und folgt mir auch auf Instagram. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Und wie schon раз. Ich bin... Ich bin... Ich bin...